Ja, meine Münze. Hier, Kumpel. Münze für dich. Danke für die Münze. Gib mal ja die Flunze. Brrling. Brrps. People were frightened and began to suspect Remington must have made a bargain to come by such unearthly skills. His crew was said to consist of sea monsters, convicts and cannibals. His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog, and eerie calm. Interessant. Was war das? Oh mein Gott! Oh, nicht schon wieder. Ich muss sofort auf Deck gehen. Das ist ja auch der einzige Ort, wo wir noch was machen können. Der goldene Schlüssel. Brrling. Na komm. Brrling. Ziel abgeschlossen. Dann gehen wir mal auf Deck. Oh. Oh nein! Komm, Mulatensohn! Gib mir meine Tochter sofort ab zurück! Sonst kriegst du es mit Frau Schwarz persönlich zu tun. Der Kuratorin des... ...Museums. Hm. Die Kuratorin. Und... Hallo, schön, dass du da bist, aber... Neues Zielschiffskanone. Okay. Das alte Geschütz an Deck des Schiffs zielst in die Nähe der Festungstur. Wenn ich die Kanone... ...beschicke... ...beschicke? Was? Beschicke und laden und Abfeuerung... ...schu... ...weiß nicht, ob es so gut tagetreu so genannt wurde. Ich weiß es nicht. Ähm. Hallo? Okay, geht nicht zu leiden. Okay. Ah, doch, jetzt. Brauche ich etwas anderes. Nein, die Kanonkugel ist mir nicht gut genug. Harte. Wir sind jetzt auf Deck und können uns nichts machen. Kapitän Skajutsch, wenn wir noch mehr machen, was können wir. Kapitän Skajutsch machen. Ähm. Oh, der Verladestock ist völlig da drin verhentert. Schöni. Aber man, nicht rausgelassen. Der hat gerade... ...weil einfach mal wieder vor die Tür. Gut. Ähm. Was kann ich denn aber hier machen auf Deck? Weil es wird mir ja angezeigt, dass wir nicht was machen. Und hier drauf liegen. Du kannst hier was machen. Du kannst hier was machen. Oh, was? Ich habe nur eine Kanonkugel. Als erstes schießen wir mal vorhin rein. Die Ladung muss eingerammt werden, aber durch Schwaßes. Jetzt müssen die Karte auch sagen, hier geht nichts mehr. Genau. Dann kann ich nichts mehr machen. Gut. Dann müssen wir jetzt unter Deck und müssen dann zum alten... Ah, Rimmelbild. Ach du Scheiße. Gut. Ähm. Gut. Auf die Bude, ähm. Wir brauchen eigentlich Liebesbrief, den müssen wir öffnen. Da ist ein Tuch. Das geht wieder zu. Das geht auch wieder zu. Ähm. Elfenbein. Das Elfenbein. Wir brauchen Reagenzie. Das Reagenzie. Das Gewürz. Das Perücke. Das Diadem. Das Flasche. Das Schloss. Das Horn. Da ist Tünde. Ich brauche etwas Scharfes zum Öffnen des Briefes. Wer ist damit? Und ein Liebesbrief. Den stecken wir uns einfach so in die Tasche. Oh, du wirst immer machen so viele. Bah. Oh, du hast nützliche Gegenteil gewonnen. Ähm. Leistungen. Spielzeit. Du meinst es ernst und hast nur... hast es in unter einer Minute geschafft. Drei gewinnt. Drei in einer Reihe. Ohne Mission. Ausgezeichnete Arbeit. Höse alle Milchspiele, ohne zu überspringen. Schließe ein Wimmelbild in weniger als einer Minute ab. Das wird mir niemals gedenken. Auf eigener Faust. Schließe alle Wimmelbildszenen ohne Tipps ab. Würde sch... Oh, haben wir verkackt. Expertenmodus schaffen wir nicht. Okay. Will ich gar nicht quasi schaffen. So, wir haben... Börse. Runter. Runa. Dorhin. Nee, dorhin. So. Lämette. Wo soll ich jetzt die Lämette herhaben? Äh. Ich kann hier nichts... Ist hier zufällig... Nein, hier liegt keine Lämette rum. Okay. Da muss ich wohl hier rüber gehen. Geht das? Habe ich da eine neue Karte? Die gibt's nicht mehr dafür. Das ist keine Lämette. Eine Treppe. Uh. Wir hatten noch Zeit. Wir verkünden hiermit die Hochzeit von Graven, Mary... Mary Canister und, ähm... Marie Canister und dem Piratenkönig Henry Remouladensoul. Die Zeremonie findet am 14. Juni 1720 in der Stadt auf der Festungsstadt. Da, ja. Ist schon. Ich glaube, dann kommen wir zu spät Zereszeit. Didimdimdimdimdimpsch. Tsch demographics. Iiii. Eine Mauer. Nein. Mauer. Das ist eine Mauer. Jo, der liegt da. Hedless. Was ist das? Ich kann keine Schlösser sehen. Diese Figur hält ein Symbol in der Hände und die andere nicht. Ouh. Eine Dublone. Hallo? Lass mich allein! Ich versuche, in Frieden zu bleiben! Pst, mache das bestimmt nicht mit meiner Hand. Hey! Besser, du hast einen hüttischen Gegenstand erhalten. Ein Messer... Oh! 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 Ein richtiges Tor. Diese massive Tür ist fest und stabil. Remix-Zone, Remoulade-Zone, hätte sich hier für Jahre verschanzen können. Augenhöhe. Ach, der Augenhöhe. Na, ist das in der Hülle, aber es ist so dunkel, um es zu sehen. Und dann schaust du auch hier rein. Und dann, und das ist so... Und... Und dann... Und das ist so... Und dann. Ja, die Metten zu sammeln. Ja, die Metten sammeln. Wir gucken uns aber auf jeden Fall noch mal eine Zwischensequenz an. Hier, Kumpel, noch eine Münze für dich. Gib her, lass knacken, oder? So, nein, damit ihr in die gute alte Flügeltappe. Eine der Vesselsen von Remington ist auf dem Weg zu holen. Die junge Countess, Mary Bannister, hat sie zu ihrem Vater in San Juan geführt. Die Piraten boarden die船, haben die Marines gebeten, und dann haben sie die Mäste uniformen. In der Port-of-Call, bevor sie jemanden sehen, Remington kidnappedt Countess Mary, expecting eine große Ransom. So, 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 so passiert. Gut, gut. Danke für diese voll geile Information. Ich bin dann weg, ne? Also, ich bin dann raus. Tschüss! Ne, da wollen wir noch gar nicht hin. Wir müssten jetzt da hin. Ksch, 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 ksch. Und? Die Metten rein. Und Gewürze rein. Superkoch, superkoch. Oh, das Wasser kocht. Oh, muss ich es schnell abbischen. Okay. Wuppa, wuppa. Was ist das denn? Ach, das sind die Gewürze. A bottle of Grog coming right up. Jetzt wollen wir uns eine Bottle of Grog. A bottle of Grog is better, is not better than a bottle of Grog. Mmh. Hello, my fellow girl. I'm thirsty. Hey. Hier, trink was. Du hast einen nützigen Gegenjournal. Chemikalie. Danke. Danke für den Kork, aber du geh. Ich bin ein Bauchredner, wisst du? Du bist halt ein Bauchredner, ist mir egal. So. Minispiel. Hier. Oder auch nicht. Ich benötige... Ich benötige eine Filiole. Karte. Auf Deck geht was. Das kann ich auf Deck machen. Ach. Wimmel. Ein Wimmelbild. Die Maräte willst du nicht. Ähm. Ich brauch... ...ein Megafon. Okay. War ja auch immer hier ein Megafon. Und... Und da ist eine Seemmine. Schab... Bonnack. Kaputte Hase. Die sind Piraten. Aber für... Nicht vollständig. Das Umboot. Das... Das ist ziemlich viel Müll hier drinnen. Nicht wahr? Oh. Luftpumpe. Luftpumpe hab ich doch schon gesehen. Da ist Luftpumpe. Äh. Zeitung. Zeitung. Flasche Engine. Flasche Engine. Was für eine Flasche meinst du wie eine... Eine normale Flasche. Muss ja doch sein, dass er so eine... Äh. Warte soll ich ja so... Taucherflasche meint. Ähm. Clock. Ähm. Äh. Was ist das? WTF ist das? Attöten. Gell. Piraten. Ah. Das muss ich mir geraten haben. Ein paar Flaschen. Oh. Die zwei... Flaschen. Ich sehe sie. Ich... Ich... Hier zufällig die zwei Flaschen. Ich sehe sie. Ähm. Schaber, Ruder, Ruder und Schi. Brrrr. 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 Schi. Ernsthaft. Was soll ich hier Skier versteckt finden? Nehmen wir den hier. Oh. Da unten ist das Zweite. So. Dann haben wir auch ein paar davon. Schabern, Rudern. Gut. Wo ist das Ruder? Oh. Das läuft hier aber. Ich hatte ja da aus dem Ruder, Freundchen. Und... Da ist doch der Kopf von Piraten. Komm her, Piraten. Was fehlt dem denn noch? Was fehlt dem jetzt noch? Eigentlich. Ein Armour oder was? Weiterhin geht es. Ruder. Was ist jetzt hier im Ruder? Schaber fallen. So ein Schaber. Und da ist der Schaber. Wo ist das Ruder? Wo ist das Ruder? Alter, ist hier ein Ruder. Wieder so ein Ruder, weil manche wieder so ein scheiß Steuerrad kommt. So ist halt schon ein Steuerrad. So. Ich ziehe mir noch ein fucktes Fuckfief vom... 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 Wann wir den hier? Piraten auf... Einsch... Schab... Boah. Ach, damit kann man... Nein! Damit können wir jetzt von... Wort gehen. Rüberlaufen. Und... Freischaben! Nein! Puzzle! Ähm... Es... Fehlt ein Teil... Okay, es fehlt ein... Puh... Ich kann auf Deck... Ich kann auf Deck wieder was machen. Aber das kann ich auf Deck wieder was machen. Aber das kann ich auf Deck wieder was machen. Ach... Ja! Wir haben ein Messer, da können wir das Ding aufschneiden. Wie... So doof. Manchmal bin ich echt ein bisschen... Doof! Beispiel bin ich ein bisschen... penalty! Manchmal bin ich... Oberovo! So... Pass mal auf! Keep your lipstick together! Jetzt habe ich noch kein Feuerzeug mehr dafür. Aber ich glaube jetzt ist es vorbei. Ja, gut. Dann müssen wir uns jetzt hier umschauen. Hier ist nichts mehr draus an den Glitzenden Möbel. Mauer, Mauer, Mauer. Au. Äh, TIP. RIP. Da steht die Kerze, natürlich steht da eine Kerze. Warum auch steht da, warum soll auch keine Kerze stehen? Natürlich ist es dann eigentlich die eine Kerze die immer mitnehmen. Okay, well, why not. Wach, 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 wach. Ähm, nein. Auf gehts. Rambuladensohn? Rambuladensohn! Ich glaube das gefällt ihm nicht. Wer ist das denn? Ist es Rambuladensohn? Oh ja, es ist Rambuladensohn. Aber wo hat er meine geliebte Sarah 2? Ich weiß nicht, wie die Turm hieß. Ich sehe einfach nur noch Sarah 2. Da oben ist ein super leuchter Turm der Turmigkeit, der voll dafür heißt, dass da oben voll der Turm der Turmigkeit ist. Und dass da oben Tod auf uns lauert. Ähm, hier ist ein dezent verstecktes Wimmelbild. Gut, aber ich wollte mal sagen, ich mach jetzt erstmal... Gekotteraufnahmepause. Äh, ich drecke mich! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt. Hallo, ich bin Ignorantoren. Bis dahin, viel Spaß noch. Tschüss! Ich geh ins Hauptmenü, boah. Weil hier, kann das man sehen, hier, das heißt Grauen aus der Tiefe und so. Tschüss!